Ja, jetzt hört der Spaß auf. Franz, ich möchte jetzt gehen. Sofort. Aber sofort! Ich nicht, Spassel. Ja, Herr Münchner, wir alle wissen ja, dass Sie von diesen Dingen keinen Schimmer haben. Bitte sehr, dafür können Sie nichts. Wir alle wissen auch, dass Sie sich für kulturelle Dinge nicht besonders interessieren. Gut, bitte sehr. Aber wenn man schon nichts versteht, und wenn man sich schon für nichts interessiert, dann setzt man sich nicht hierher, frech und präpotent, und spricht unqualifiziertes Zeug. Wir haben einen herrlichen, unvergesslichen Abend. Ein einmaliges Kunsterlebnis. Eine Sternstunde. Dankbar und glücklich müssen wir sein, dass wir dabei sein dürfen. Dann schweigt er still und hält sein dummes Maul.